Labestation Czajoric, Ironman, 28. Juni 2015, Wasser, Morgen, Bananen, Powerbar, Riegel, Iso, 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 Cola, Cola, Danke, und die letzte Station ist das Wasser, Wetsi, Labestation Czajoric, eine der schönsten Stationen hier bei diesem Ironman 2015 und der Czajoric-Hügel und der Czajoric-Pass hat auch seinen Reiz und ab hier geht es dann immer wieder bergab Richtung Kürtmersdorf und nach Czajoric, Ironman 2015.